So, Hauptschalter an, Luft drauf, einmal quittieren, drei Sekunden warten, nochmal quittieren. Schlüsselschalter auf rechts, Automatik und Schlüsselschalter auf Automatik. Jetzt erfährt Referenz. Automatik starten, Schrank platziert auf Plan 1 und rechter Knopf, Heimlauf. Schrank platziert, Schrank platziert, Schrank platziert. Schrank platziert, 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 Schrank platziert. fährt automatisch wieder auf, Austransport bis Lichtschranken, Teil entnehmen und von vorn. So, das gleiche mit dem großen Schrank, Stellkante, rechter Knopf, Schrank läuft ein, Fressen unten oben, Festzeit läuft, fährt automatisch bis Lichtschranke.